Was bringt dir die EU? Am 26. Mai 2019 findet die nächste Europawahl statt. Alle fünf Jahre haben die wahlberechtigten Bürger der Europäischen Union die Möglichkeit, die Abgeordneten für das Europäische Parlament zu wählen. Das Europäische Parlament ist das einzig direkt gewählte Organ der EU. Doch was ist überhaupt die Europäische Union und wie beeinflusst sie den Alltag? 1951 wurde die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet. Nach den kriegerischen Auseinandersetzungen der beiden Weltkriege sollte durch wirtschaftliche Verflechtung der europäischen Länder der Frieden gesichert werden. Die Zahl der sechs Gründungsmitglieder BRD, Frankreich, die Benelux-Staaten und Italien ist mittlerweile auf 28 EU-Mitgliedsstaaten angewachsen. Nicht alle Länder auf dem Kontinent Europa sind hier Mitglieder der EU. Die EU ist ein Zusammenschluss mehrerer europäischer Staaten. Doch wie beeinflusst die EU schon jetzt deinen Alltag? Aus dem wirtschaftlichen Gründungsgedanken ergeben sich Vorteile wie ein gemeinsamer Binnenmarkt, eine Zollunion, das Schengener Abkommen und die gemeinsame Währung Euro. Doch nicht nur wirtschaftliche Themen werden durch die EU geregelt, sondern auch Umweltrichtlinien, die Niederlassungsfreiheit, Mobilität für Studenten und Arbeiter, kein Roaming und sie verleiht den Staaten ein größeres Gewicht in der Weltpolitik. Diese Vorteile resultieren aus Beschlüssen des Europäischen Parlaments, welche in nationales Recht umgesetzt werden müssen und somit direkten Einfluss auf den Alltag haben. Hierfür ist die Europawahl am 26. Mai 2019 die nächste Möglichkeit, aktiv die EU mitzugestalten.